so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es was auf die ohren und zwar heavy metal und das reloaded neue cake für das jahr 2018 19 im originalen ist das die zeltik nights die habe ich aus den aldi nord für 13 euro die gab es auch im penny ich weiß allerdings nicht wie viel die jahre gekostet hat ich glaube 17 euro 320 gramm verteilt auf einen kaliber von 30 mm so richtig schöne batterie mit blinkstern und übelstellen gibt's so pro card oder kokosnusspalm war das ungefähr so was macht mich auf jeden fall richtig an grüße noch mal an den effekt firework ohne den hätte ich das teil wahrscheinlich nicht so wahrgenommen und jetzt geht's los mit diesen fetten klopper von veco viel spaß damit heavy metal reloaded ich bin durch ganz chemnitz gelaufen für dieses teil wenn sich das jetzt nicht lohnt zeltik nights also da hängt es schon ein bisschen anspannung dran die jetzt scheiße ist dann bringe ich mich erst mal direkt dass das an silvester wäre nicht so schick so lennart wenn die zündet kannst du mal die fette die kann ich nachstellen rock ja mal drüber laufen ja oh mein gott ja 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 äußerst schick äußerst schick hat sich doch gelohnt hat sich doch gelohnt danke einfach so ein Pitbull gekauft auf ne Runde weiß nicht mehr wohin ich hab die Schule verkackt hab kein Masterplan